Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen wieder zu einem kleinen Let's Play Embleme. So, welches Emblem haben wir denn noch nicht gesehen? Hier haben wir ein Emblem, ich weiß nicht, ob wir das schon gesehen haben, und zwar von TripWoodie25. Nochmal an alle Leute, diese ganzen Embleme sind von der PlayStation 3, ihr seht das, von der PS3. Und somit könnt ihr auch diese Leute anschreiben, wenn ihr wollt. Und da haben wir zum Beispiel ein sehr schön gemachtes Emblem, PC-Emblem. PC? Ach, ich finde auch PC ist nicht schlecht, das Ding, aber ich bleib bei PS3, das ist mir... Hier haben wir Turkey55Styles, der hat ein... wie heißt das Emblem? Ein Totenkopf, einen roten Totenkopf, richtig cool gemacht. Und da haben wir einen Adler, der ist im Fadenkreuz von einer Sniper. Und das Emblem habe ich schon mal gesehen, aber ich finde das Emblem einfach richtig saunice, Mann. Weil das einfach ein geiles Hinterteil ist von einer geilen Schnecke. Und da würde man auch gerne mal dran fassen. Das sind die Standard-Embleme, die sind jetzt nicht so wichtig. Shiggy vom Pokémon! Shiggy! Shiggy! So, das soll Blut darstellen, wurde mir, glaube ich, gesagt. Und da haben wir noch ein richtig geiles Emblem, das ist ein Ochse. So, schau, ein Ding ist hier auch noch hier, wo Ripper war, ja genau. Da waren wir schon, ProGamer, das wissen wir. Dennis Palla haben wir hier, HC3. Schön gemacht, muss ich sagen, mit dem roten. Das soll, glaube ich, so ein Gesicht da sein, dieses oben, diese komischen Zeichen da. Was haben wir denn da? DC3, die Besten. Yeah, ihr seid echt die Besten. Dr. The Don, waren wir, glaube ich, alle schon. Und wenn wir schon dabei sind, können wir doch auch gleich mal Sprüche machen. Es gibt bestimmt ein paar coole Sprüche, zum Beispiel hier schreibt einer 1, Börse 1. Nö, warum auch? Oder Hippily Hoppily, oder was? Hippily Hip-Hop-Hop-Forever schreibt zum Beispiel Forever. Lupus Wolf, Battlefield, GDR 5, Best 2019. Dann schreibt zum Beispiel jemand X, GTR 32, 17, 4NT. 1, I yield a bag. Oh, Englisch war noch nie meine Sprache. Hier schreibt jemand, hallo, hallo. 33 Grad, what? Ehrlich jetzt? Und Turkey 55, scheiß, halt die Fresse. Okay, don't play with me. Und die anderen kann ich leider nicht ansehen. Aber da war Marius Mark 904 letzte Anmeldung vor ein paar Sekunden auf jeden Fall. Somit sage ich ciao, Leute. Gibt ein paar Neuerungen. Ein paar alte Embleme sind immer noch da. Das gute alte iPhone darf nicht fehlen. Camp Symbol darf ebenfalls nicht fehlen. Und die gute alte Sniper darf auch nicht fehlen. Somit sage ich ciao. Ich schaue nochmal mein Emblem an. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Embleme. Seid da auf jeden Fall dabei. Und jo, ich sage ciao. Bis dann. Haut rein. Bis dann.